So Leute, da bin ich wieder bei Let's Play 4.2 und ich lese einfach mal die zweite Mission hier vor. Ihre Mission wurde von einer enormen Explosion unterbrochen, deren Zentrum anscheinend in Auburn, dem Gewerbebezirk von Fairport, liegt. Das Ausmaß der Zerstörung ist nicht abzuschätzen, das Schicksal ihres Teams liegt im Dunkeln. Fängt ja schön an. Pupillen sind geweitet? Reagiert auf die Medizin, prüft die Dosierung. Das sollte nicht sein. Und wenn es nicht wirkt? Was läuft hier, Dr. York? Moment. Verdammt. Notmaßnahmen. TVT oder Kammerflimmern. Laden auf 200. Nein, besser 300. Dr. York. Er lebt, aber wir sind zu schnell. Wir müssen... Macht einfach. Das war's. Macht das Morphium bereit. Vier Millilie. Wo stehen wir, Dr. York? Er ist Tachycard. Wir müssen ihn zuerst stabilisieren. Keine Zeit. Er ist instabil. Jetzt weiterzumachen ist riskant. Sie setzen... Wir haben keine Wahl, Dr. York. Weiter. Gut, auf 300 gehen. Sie spielen einen Stich. Genau jetzt. Ja, okay. Sagt nicht, wir sind im Krankenhaus. Äh. Wir sind doch im Krankenhaus. Schlimm genug, ey. Es war coole Brille aufsetzen, ey. Und dann... Oh, wir haben keine Waffe. Das ist schon mal nicht so schön. Oh, Terminier. Hinweis auf, ich will kein Hinweis aufnehmen. Ich will jetzt hier weiter machen. Hallo. Ich sehe die. Die steht da hinten. Was will die? Ich gehe gleich an den Boxen hier. Oh, Terminier. Hallo. Alter, wie hier hinten steht, ey. Okay, suchen Sie eine Waffe, ist unser Auftrag. Das schon haben wir. Ja, ja, geht einfach um die Ecke, ich sehe dich. Woh? Drogenflimmern. Drogenflimmern ist nicht schön, weil wenn man das hat, dann ist man süchtig. Oh Gott, es ist ja nie los, ey. Es ist ein Krankenhaus, es ist wie so ist hier keiner. Ich verstehe es nicht. Ja, ja, da wird, äh, eine Nachricht wird gerade erklärt, dass, äh, was im ersten, ja, ich bin hier, das was im ersten Kapitel passiert ist, wo die, die fette Bombe da explodiert ist, und wow, okay, das hat mich mal aus, das was er nicht erschreckt, und blöd, wow, okay, wir sollen uns eine Waffe suchen, ich gehe davon aus, dass wir hier gleich noch diesen anderen Typen da begegnen werden, so. Das sieht doch hier schon wieder so nach aus, als ob wir die gleich treffen, hier. Einfach mal weitergehen. Aha, okay, sprinten können wir ja auch, ähm, Hinweis, ich will keinen Hinweis. Ich habe mich gerade vor meinem Schatten erschraubt. Okay, hier kommen wir nicht weiter, wo kommen wir denn weiter? Wo kommen wir jetzt weiter? Ach, einfach hier, können wir einfach hier durch? Ich will hier durch, nein, geht nicht. Anstatt der einfach mal da drüber klettert oder so, das wäre ja zu einfach, oder? Ja, hier geht's weiter. Wow. Leiche. Iiii. Ist doch ekelig. Einfach mal alles boxen. Wieso liegt hier eigentlich immer so eine Blutspur? Ich verstehe es nicht, und die führt da lang. Wollen wir da überhaupt lang? Ich glaube, wir wollen da nicht lang. So, wir gehen einfach mal hier, da, zuerst. Oh mein Gott! Wir haben offenbar noch einen Gegner im Gebäude. Mist! Du, bleib stehen! Nein! Bleib stehen, sagt er, ich bleib denn nicht stehen. Darauf hab ich jetzt echt keine Lust. Wenn ich mich jetzt umdrehe. Wehe! Ne, ne. Doch kein Wehe. So, mal anstrengend. Du, 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 du. Sajj. Beckett. Gott sei Dank, wir sind okay. Das stimmt, haben Sie viele Fragen. Nö. Schöpfe, das quatsch. Nr. T.A. Kala vor. T.A. Kala vor. Vorsicht! Nr. T.A. Kala vor. Nr. T.A. Kala vor. Nr. T.A. Kala vor. Nr. T.A. Kala vor. Oh Gott, ich hab hier so keine Lust. Ich hab hier so keine Lust, hier lang zu gehen. Ich weiß auch nicht, wieso. So. Hinweis? Wollen wir noch nicht? Okay. Vorsicht, Sergeant Beckett. Sie tappen genau in einen Hinterhalt. Dies ist ein gesichertes Kanal. Identifizieren Sie sich. Oh, oh. Speichere oder an. Er muss uns über die Sicherheitskameras beobachten. Ich will alles aufnehmen zuerst, lass mich doch mal in Ruhe hier, das, Mann. Hier sind auch noch ein paar Penner. Beindruckend, deshalb hat man sie genommen. Aber wer sind Sie? Nennen Sie mich Snakefist. Wo? Snakefist? Wollen Sie mich verarschen? Hey, ich weiß nicht, wer noch alles zuhört und ich will kein Rieses. Ich will kein Risiko eingehen. Sie müssen doch sofort verschwinden. Ja, okay. Ja, 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 hier ist wieder Schwabbelmodus. Wir wollen keinen Schwabbel. Okay. Ja. Oh Gott. Ein dicker. Aber irgendwie ein großes Herausforderungssystem nicht oder so, ne? So zwei, drei Schüsse haben die auch genug. So, hier geht's nicht. Oh Gott, ich brenne! Oh Mann. So. Habt da genug? Ich schon. So, alles mal aufnehmen hier und so. Können wir den da vielleicht mal so mal holen hier? Bams! Oh, das hat gesessen. Irgendwie hört man das nicht, wenn die schießen. Ich verstehe es nicht. Die schießen, aber man hört den Zorn nicht. Und gerade kann man... Kann man... Wo kann man Zeitlupe? Ah, okay. Wir können jetzt... Zeitlupe aktiv ändern anscheinend. Habe ich wohl gerade irgendwie übersehen. So, hier kommt der was gleich. Mami! Oder wo bist du? Ey, bitte das für dich her. Wir sind noch nie und das geliehen. Hm, ich mach jetzt mal was cooles. Joaah! Ey, komm! Joaah! Komm her, du! Joaah! In die Schnauze getreten. So, okay. Und ich brenne. Mal wieder. Noch ein paar Granaten. Oh, man wird hier echt zugestopft mit Munition und so. Wollte ich, dass man so viel Munition bekommen? Gini! Ich geh doch schon. Ich hab auch keinen Bock mehr noch weiter rum zu. Fahrstuhl. Vorrück, lass vor! Nichts vorrücken, niemand drückt vor, wenn ich das nicht will. Steuerung ist hier ein bisschen komisch. Man zielt auf Schiff. Also man macht das hier auf Schiff. Und man schlägt auf rechte Maustür. Das find ich irgendwie komisch. Ich könnte ja mal aufhören, so viel hier rumzuballern. Find ich nicht nett. Okay, der fasst jetzt so offen. Schwabbelmodus. Drücken. Komm, jetzt kommt doch gleich her. Mama. Zielperson ist im Aufzug. Sofort Abschlag. Was? Nicht Aufzug abschalten? Wieso Aufzug abschalten? Ihr, Bixer. Ja, mach die Tür auf. Ja, ich liebe Lüftungsschächte, weil die sind so gruselig. Dann kommt ihr doch gleich hier wieder Mama. Die kam schon lange nicht mehr irgendwie, ne? Einfach, hier. Oh nein, ich will nicht aktivieren. So. Immer diese Musik, ey. Das ist schon krank genug hier. Das ist doch schon total die übelste Folter. Und ich weiß überhaupt nicht, wie sie sich mir das antun, mich hier durchquäle. Äh. So, hier durch. Mama, wo bist du? Einfach mal weitergehen. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Suchen sie einen Sicherheitshinweis im Leichenhaus. Ja, ist so geil. Hier, müsst ihr uns hier füllt. Ja. Äh, wo ist Mama? Ah, jetzt können wir da die Karte durchstülpen. Na ja, und dann passt das schon. Hä? Mama. Aber irgendwie, wenn ich sie anschieße, dann kriege ich einen Hitmarker. Äh, du Arsch! Wenn ich, wenn diese Alma da auftaucht und ich sie abknalle, beziehungsweise anschieße, dann bekomme ich einen Hitmarker. Soll das heißen, dass wenn man sie nicht anschießt, sie einfach da bleibt und einen dann tötet? Ich, ich will es gar nicht ausprobieren, jedenfalls. Ey, wie viele seid ihr denn? Okay. Schrotflinte. Yeah. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingswaffe. Ey, 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 was war das denn? Ja, ja, ich bin da aus. Und gib mir deine Schrotflinte. Schrotflinten sind toll. So, das nämlich auch mal. Und ich mache hier immer ganz kurz einen Schnitt. Bis gleich. Bye. Bye. Tschüss.